So, 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 YouTube, hallo, lo, herzlich willkommen zu Geotastic. Ja, wir starten wieder ein lokales Game mit unendlich viel Zeit. Drei Runden werden irgendwo abgesetzt und werden herausfinden, wann und wo wir sind. Wann, okay, wann ist nicht wichtig, das ist bei Timeguesser wichtig, aber hier finden wir heraus, wo wir sind. Und das ganz genau und es geht los mit Runde 1. Da starten wir rein. So, Pitrelle, interessant, kenne ich gar nicht die Scheler. Ich glaube, es sind einige neue Orte drin, nicht? Sat Pitrelle, ist das schon wieder? Rumänien, oder? Oder Spanien, Sat Pitrelle? Bananesa. Hä? Glo, 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 Glo. Hm, keine Ahnung, wo Glo liegt. Aber schöne Felder auf jeden Fall. Weite, weite Rapsfelder. Das heißt, ist wahrscheinlich hier April oder so. Auch schöne Sachen. Und jetzt haben wir Herbst. Das geht immer schnell. Oh, da ist ein wichtiger Stein vielleicht. Guten Tag. Die 41. Gurgulu. Aber, warte mal, die 41. Ja, dann passt Rumänien ganz gut, nicht? Von den Schild. Ähm. Weil die haben nämlich sowas. Die 41 wäre hier unten. Ja. Und nur dazwischen. Aber ich sehe hier kein Gurgulu, oder? Doch, Giu-Giu. Da ist es. Okay. Na, haben wir es doch. Und wir sind irgendwo auf den Feldern. Uh. Südwest. Nordost. Ja, das kann eigentlich überall sein. Okay, wir müssen bis zum nächsten Ort fahren. Dann finden wir schon heraus, wo genau das ist. Ja. Drei, zwei, eins. Und wieder sind wir im April. Und jetzt sind wir wieder im November. Und hier geht es auf die 413. Da ist die 413. Da habe ich ja fast den richtigen Ort. Wir sind genau hier. Äh. Ausgewählt. Und wir sind am Ortseingang von dem anderen Ort. Okay, also wir fahren hier gerade rein. Das heißt, wir dürften hier stehen. Da ist das Gebäude. Das erste. Es müsste das sein. Dann kommt ein Absatz. Dann kommt das zweite Haus. Und vor dem stehen wir. Das bedeutet vor dem hier eigentlich. Aber die Einfahrt. Also hier kommt der Weg links rein. Und dann kommt der Weg. Nach rechts, der durchgeht. Das ist der hier. Aber ich sehe nicht dieses. Zack, zack. Das gibt es hier in den Bildern nicht. Die Bilder sind von. 2023. Hm. Also eigentlich neu genug. Aber diese Auffahrt auf der Seite hier gibt es nicht mehr. Das macht mich gerade stutzig. Wie kann es denn die 100 nicht mehr geben? Oder? Naja, aber die Bilder sind von 23. Die werden hier. Dann nicht einfach eine neue Straße gebaut haben. Und hallo, Mohammed. Ne, sind ja immer zufällige Geotestik-Runden. Die werden wir machen. Wir werden irgendwo abgesetzt und müssen herausfinden, wo wir sind. Jetzt ist so ein bisschen. Also nach Norden gibt es diese 100 nicht. Und wir fahren nach Osten da rein. Und nach Westen kommt das hier runter. Und dann kommt die 413. Wir können nur hier sein. Die Frage ist, auf welcher Höhe. Ich glaube nicht, dass wir... Tja. Hier wirklich... Was haben wir... Warte mal. Wir haben... Biogulazi. Prinzipia Pala. Was bedeutet das? Äh, naja. So funktioniert Geotestik. Wir werden in 3 zufälligen Runden irgendwo abgesetzt und müssen genau herausfinden, wo wir sind. Und das heißt, guck mal, zum Beispiel jetzt, die Bilder sind von 2023. Aufgenommen wurden sie 2023, 2024 eingespielt. Aber hier ist eine Straße eingezeichnet, die es nicht gibt. Und das ist eine Bundesstraße. Also, ich glaube kaum, dass das hier die 100 ist. Also, wenn das die 100 in Rumänien ist. Ach, du Scheiße. Also, dann weiß ich auch nicht weiter. Wenn das hier das Dreieck ist, was hier eingezeichnet ist. Das wäre verrückt. Okay, aber wir stehen davor. Also würden wir hier stehen. Nee, wir stehen dazwischen. Ja, okay. Das gibt es hier nicht. Das ist erst gemacht worden. Aber im letzten halben Jahr dann. Oder so. Das ist ja crazy. Sowas hatten wir ja auch selten. Lieblingsfußballer? Ich bin gar kein Fußballfan. Sorry. Aber ja, Ronaldo habe ich schon mal gehört. Zumindest. Ja. Dann geht es auf zu Runde 2. Sehr verwirrende Stelle. Muss ich mal gestehen. Selten sowas gehabt. Okay. Das sieht doch mir nach Dänemark hier aus. Könnte hinhauen. Wir fahren mal bis zur nächsten Ecke. Dann sollten wir eigentlich wissen, wo wir sind hier. Da steht eigentlich immer dran, welcher Straße als nächstes kommt, nicht wahr? Döner oder Pizza? Definitiv Döner-Pizza. Also Döner und Pizza ist schwierig. Ich würde sagen, Pizza. Weil Döner mir zu teuer geworden ist im Verhältnis. Pizza ist 1 Euro teurer geworden. Döner um 75 Prozent teilweise. Das ist mir dann doch zu heftig. Ich komme aus einer Zeit, da hat ein Döner 2,50 gekostet. Ich zahle sicher keine 10 Euro, wie hier in Leipzig üblich. Für einen Döner. Von daher, das ist mir nichts. Deswegen Döner, wenn er ein richtiger Berlin-Döner ist und 2,50 bis 3,50 kostet. Dann Döner, ansonsten Pizza. Aber in ganz Deutschland gibt es meistens nur Kebab und keine Döner. Richtige Döner gibt es nur in Berlin. Aber was ich schon an Soßen außerhalb von Berlin bekommen habe, die Leute dürften nie wieder Döner verkaufen, sage ich euch. Die dürften das nicht mal Kebab nennen. Die müssten das Papptüte mit Ekelsoße und Gammelfleisch nennen. Da würde ich mich schämen, wenn jemand das als Döner verkauft, nicht wahr? So, da kommen wir endlich auf die Straße. Das Glücks. Wir sind bei Mischilings Goff. Okay, wir sind wirklich sehr weit abgeschlagen in Dänemark. Holla, die Waldweh. Hier steht nicht mal dran, eine Straßennummer. Okay, vielleicht haben wir mehr Glück in die andere Richtung. Auch nur Mischilings Goff. Ähm. Ah, es wird hier nicht besser, nicht? Oi, oi, oi. Okay, normalerweise ist Dänemark relativ easy in drei, vier Minuten zu machen, weil man an irgendeine Kreuzung kommt und sofort weiß, wo man ist. Aber wir sind echt im Nirgendwo gelandet. Was mögt ihr denn lieber, Döner oder Pizza? Hier haben wir was. Maisling Way. Okay, wir haben hier einen Straßennamen. Und Skow ist die Ecke. Gibt es hier vielleicht Skowland oder so? Skagen kenne ich. Finn. Kogel. Surup. Euby. Sköfte. Nicht Köfte. Ähm. Tja. Ja, wir brauchen, glaube ich, die Straßennummer in der Ecke, nicht wahr? Das ist blöd. Ich meine, wenn wir ungefähr wissen, wo wir sind, dann sieht man es sofort, nicht? Wir sind zwischen diesem, auf diesem Skölde-Way, und dann sollten das eigentlich relativ easy zu finden sein. Ja. Aber ich muss auch sagen, nochmal zum Thema Döner oder Pizza. Ich habe auch schon eine richtig schlechte Pizza bekommen, die mit Zimt oder so belegt war. Boah, war das eklig, sage ich euch. Habt ihr schon mal so eine Pizza bekommen, die einfach so gar nicht geschmeckt hat? Ich habe auch mal als Kind eine Pizza bekommen, die hat so nach alten, weiß nicht, süßen Tomaten-Papp-Zeug geschmeckt. Oh, und ich wollte das nicht essen, und meine Familie so, du isst das auf, was auf den Teller kommt, isst du. Und dann war meine Mutter so ganz verwirrt und dachte so, hm, okay, eigentlich isst der doch alles. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ich habe probiert, und ja, die muss schlecht gewesen sein oder irgendwas. Also es war süße Tomaten-Pampe auf der Pizza. Ich meine, vielleicht war es nett gemeint, um es Kindern schmackhafter zu machen, aber es hat einfach nicht gepasst. Das war wirklich widerwärtig. Das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Und wenn man so eine Pizza bekommt, also, ich sag mal so, wenn eine Pizza gut gemacht ist, isst sie lecker. Wenn ein Döner gut gemacht ist, isst sie lecker, aber es kann auch beides so schlecht gemacht sein, dass es einfach ekelhaft ist. Kommt halt immer drauf an, wer das zubereitet. Aber das ist wie beim Kochen, nicht? Es gibt Köche, die können kochen, auch eine große Straße. Sehr gut. Und es gibt welche, die können das nicht machen. Tja. 176, 190, 187, 185, 400, 170, okay, 76, da ist sie. Auf die sind wir gerade raufgefahren. Dann sind wir hier drin. Das kann doch nicht sein. Die geht nur von hier nach da. Nee, hier kommt sie wieder raus. Ah, okay. Das macht schon mehr Sinn. Und hier hört sie aber auf, oder? Nee, hier geht sie auch weiter. Maisung haben wir hier, nicht wahr? Maisling. Miesling. Okay, ist natürlich doof, dass die sich hier so durchbiegt, nicht? Dadurch ist es schwer, sie zu verfolgen, auch wenn sie sich immer mit einer anderen Straße kreuzt. Vielleicht kommt sie sogar von hier unten irgendwo noch. Sieht aber so aus, als ob die da anfängt. Sonst ist die 170 vorher. Okay, Maisling. Das kann nicht so weit weg von dieser Straße hier sein. Da, Maisling. Fünf Kilometer weg. Ähm. Und wir sind jetzt in diesem komischen... Wir sind auf die Straße aufgefahren vom... Westen. Wir fahren westlich gegen diese Straße. Das kommt auch noch hin. Und unsere Straße heißt Maisling Way. M-m-m-m. Hier, Maisling Way. Hier kommen wir raus. Das heißt, irgendwo hier sind wir. Wahrscheinlich hier. Jetzt gehen wir zurück. Wir stehen hier genau in der Kurve. Das hilft schon mal ungemein. Hier geht es nach Westen. Aber hier geht es nur nach Kurve rum. Dann nach Süden. Und dann... Das... Okay. Aus Süden. Das kommt aus Süden. Und dann geht es einfach nur rum. Das heißt, hier stehen wir. Bingo Bongo. 0,75 Meter. Geht doch. Heieiei. Und damit geht es weiter in Runde 3. Noch sind wir gut dabei. Oh. Und wir haben direkt eine Karte gefunden. Hallihallo Karte. Das ist natürlich schön, nicht? Wenn man eine Karte findet, ist das immer eine gute Sache. Wenn das keine magliche Bewertung Werte sind, weiß ich auch nicht. Und willkommen an alle, die heute dabei sind. Ähm... Japan, nicht wahr? Ich würde auf Japan tippen. Eine Ecke in Japan, die so aussieht. Die hier? Nee. Nee. Das kann doch dichter rangezoomt sein, nicht? Das hier. Da sind wir. Eindeutig. Da ist der Weg. Irgendwo hier. Hier. Auf der Straße müssen wir sein. Lustigerweise geht die von da nach da. Aber das Wasser da unten ist eindeutig. Das hier ist der Knick. Und... Die Straße hier gibt es nicht. Interessant. Dann ist das vielleicht ein Wanderweg oder irgendeine Route. So 266. Äh... Die muss doch jetzt hier sein. 286. 280. 35. 266. Die ist es. Okay. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, auf welcher Höhe. Da haben wir es. Wunderbar. Wunderbar. Ui. Ui. Wie im Gefängnis. Aber da sieht man irgendwie die einzelnen Zusammensetzungen der Kamera, nicht? Richtig faszinierend. Geh raus hier. Schnell weg. Aber ein Tunnel ist gut. Wenn wir hier zoomen und einen Tunnel sehen. Zum Beispiel hier dieses Stück. Dann könnten wir zum Beispiel hier stehen. Das könnte sogar passen. Der war ja nicht so lang. Wir fahren Richtung Norden. Geschwung, geschwung. Und dann kommt eine lange Stelle. Ja. Tourant Gier. Kann ich nicht lesen. Häuser kommen auf der linken Seite. Und dann kommt eine Kurve. Aber die Straße rechts. Nee. Kann nicht ganz passen. Hier ist eine Hängebrücke. Das ist interessant. Und da kommt was Wichtiges. Das Schild hilft uns doch. Schimoda Onsen. Die 24. Ja, das ist perfekt. Auf Höhe der 24. Und dann da ein Tunnel. Wobei man aufpassen muss. So was kann auch die 24 sein. Da ist die 24. Ja. So. Das heißt, hier sind wir. Und das ist der Tunnel. Bedeutet, da stehen wir wahrscheinlich. Ja. Ich wüsste, wir fahren hier um die Kurve nicht. Und da kommt der Tunnel. Ja. Da kommt der Tunnel. Bingo Bongo. 6,51 Meter. Haben wir auch geschafft. Und hallo Hula Hoop. Willkommen, willkommen. Und damit haben wir 18.000 Punkte. Jawollo. Wir waren 5 Minuten 30 in Rumänien. Wir waren 9 Minuten in Dänemark. Richtig schlecht. Und 3 Minuten 21 in Japan. 17 Minuten 48. Das war eine sehr schnelle Runde. Seid auch bei der nächsten dabei. Bis gleich.